Hallo und Herzlich Willkommen zurück bei der Mutti bei meiner Produktion in der neuen Folge StarCraft 2 mit dem Mutti mit mir auf der Fundgruppe gegen einen Zerg. Ich weiß gar nicht, wie das eigentlich heißt. So, da unten ist der Zerg. Ach ja, unten dicht. So, das du noch ein bisschen mit herschieben. Oh lord, fliegt über die Map. Echse steht. Gucken wir schon. Cooler hat er noch nicht. Wollte wahrscheinlich eine dritte nehmen. Oh, eine 19e Echse. Jetzt kommt der Pool. Hat er glaube ich nicht. Das ist echt blöd. Und trotzdem nehmen Bersi mit. Ach, Pylonen zu spät gebaut. Shit. Ach, natürlich haben wir auch so wenig Gas. Okay, Linger, komm. Na dann. Na dann. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ich bin jetzt in den Schatten. Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht gelüsen Mineralien. Was? Ihr habt nicht gelüsen Mineralien. Was? Ihr habt nicht gelüsen. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin hier in den Schatten. Da ist er. Wir bleiben. Ich bin genug. Was ist euer Begehr? Den kriege ich schon. Boah, jetzt mal geht's. Dimensionalsteine abgestimmt. Ihr habt nicht gelüsen Mineralien. Ihr habt nicht gelüsen Mineralien. Na. Das muss ich nicht gelüsen. Ich bin hier in den Schatten. Das brauche ich unbedingt. Neue Pylone. Teleportation erfolgreich. Mist hat er gesehen. Strapoliere Strenge. Ruf der Türmchen. Ich verstehe. Ruf der Türmchen. Ruf der Türmchen. Oh, was? Was? Gut. 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 Ich bin hier, wir benötigen mehr Widerspingas. hat auf jeden fall schon der dritte ich füge mich ich durchstreife die galaxie ich sage jetzt ist es mir zurzeit echt schwer ist mir sehr schwer gegen zerk zu bestehen hier benötigt ein leben für Bis zum nächsten Mal. Ich habe doch gerade Pylonen gebaut, ey. Pylonen kann ich nur da auch nicht bauen. Pylonen kann ich nur da auch nicht bauen. Ich muss mir einfach abgewöhnen, mit der F2-Taste zu spielen. Also die F2-Taste spiele ich hier theoretisch gar nicht. Ah, der Zeig ist mittlerweile so weit vorne. Ich die dritte nicht genommen habe. Pylonen, ey. Echt Probleme. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ihr habt nicht gelügend... Ihr benötigt Mineralienfeld erschöpft. Ihr benötigt mehr Westpinkgas. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Nicht... Ihr habt nicht gelügend Mineralien... Ja, aber eine Storm werde ich sowieso nicht hier weiterkommen, wahrscheinlich. Aber ist egal. Wir probieren es trotzdem. Two ways all in. Na, es ist... Kolosse produzieren viel zu langsam, finde ich. Forschung abgeschlossen. Also, das ist eine Zündung. Hier werden wir. Wirballs planen. Wir hätten sie bei uns alle nachdenken. Wir haben Stronger-Masim Training und Begegnung. Hier sind die Zündung. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.